Unverändert. Also, da sind sie. Da ist der deutsche Meister, da ist die Mannschaft, die vorwiegend. Das ist übrigens jetzt hier nicht irgendwie so ein Kunstbier oder sowas, das ist wirklich echtes Bier, ein echtes Paulaner Weißbier. Letztes Jahr, Thomas, ich erinnere mich, war das Paulaner Lederhosen-Shooting an deinem Geburtstag. Ja, Mitte September, zwei Wochen später. Zwölf, sechsmal deutscher Meister mit dem FC Bayern München Champions League. Ganz kurz, bevor wir richtig anfangen, Herr Cheffotograf, das ist mir noch wichtig. Wenigstens, die Paula möchte dir doch einen Blumenstrauß überreichen. Javi Martinez, 30 Jahre, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Javi. Happy Birthday to you. Also, eine Bitte noch von Paulaner. Das Selfie deines Lebens. Sehr schön. Zum großen Gewinnerin vom Paulaner Fan Traum. Das Selfie deines Lebens. Und der Mannschaft, der Mannschaft, der deutschen Rekordmeister, wenn jeder kurz unterschreibt... Für den anderen Fotos im Biergarten im Sportdress. Für den anderen Fotos 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 im Sportdress. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.